Liebe Zuschauer auf Tinseltown, wir sind wieder zurück mit einer weiteren Folge Tinsel Talk. In der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, wie Kino heutzutage ist. Das letzte Mal ging es um illegales Streaming und danke für all die Diskussionen unterhalb des Videos in die eine oder andere Richtung. Wissen es aber sehr zu schätzen, dass ihr euch so engagiert. Und dieses Mal geht es um ein weiteres Thema, das glaube ich viele interessiert, nämlich Altersfreigabe, im Speziellen das FSK. Was es für Filme bedeutet, was es für filmische Inhalte bedeuten kann, was es aber auch vielleicht für euch bedeutet, wenn ihr ins Kino geht und gar nicht rein dürft. Deswegen sind wir schon mal sehr gespannt, ob ihr so Geschichten habt, wo es hieß, oh nee, du bist so jung, du darfst hier nicht in den Kinosaal oder ihr dürft eure Tochter, Bruder, was auch immer nicht mitnehmen. Da bin ich schon auf die eine oder andere Anekdote gespannt. Hast du so eine direkt parat, David? Was denn? So was, wo man dich nicht ins Kino gelassen hat. Oder sagst du, wolltest mit deiner Nichte oder mit dem auch rein? Ja, das weiß ich noch ganz in der Nichte war immer die Bravo-Film-Foto-Story. Nicht die Love-Story, sondern die Film-Story. Und da war Bild für Bild wurde der Film quasi schon vorab verraten. Was total affig ist, aber sie haben es gemacht. Ganz viele Filme hat es mir da gespoilert. Aber so Filme wie Basic Instinct, die ich halt noch nicht sehen durfte, da war ich ganz, war ich natürlich begeistert. Das haben sie nicht gezeigt, aber ein paar andere Szenen so angedeutet. Und dann dachte ich, uh, das ist das meiste, was ich von Basic Instinct damals sehen durfte. Da habe ich mich drüber gefreut. Und dann war da ein Film, da war ich ganz verrückt nach, The Crow mit Brandon Lee. Wollte ich unbedingt sehen. Sah genau nach dem Stuff aus, den ich sehen wollte. Und dann stand da, sie hatten auch immer so ihre FSK-Angaben, stand da FSK-12. Und dann dachte ich, das kann ja eigentlich nicht stimmen. Und hab dann damals, wir hatten das Internet noch nicht, wir hatten im Osten eh nix. Wir sind gerade in den Westen konvertiert, aber da gab es halt nur, wir mussten entweder in der Zeitschrift nachschlagen oder wir hatten den Teletext. Und da konnte man dann nachgucken. Auch da war nichts nach zu erforschen. Also habe ich beim Kino angerufen und habe gesagt, ich möchte gerne in den Film gehen. Ab wie vier Jahren ist der denn? Und dann sagten sie, ab 18. Und das waren einer der schlimmsten Momente meiner Jugend, kann ich so sagen. Also auch als Daniela Kruse mich zum Beispiel nicht zum Abschluss beigenommen hat, war nicht so schlimm, wie als ich The Crow nicht gucken durfte. Ist heute einer meiner Lieblingsfilme, völlig zu Recht. Und ist einer, der, gerade wenn wir jetzt in der Diskussion über Venom oder so reden, der heute niemals eine 18er-Freigabe noch bekommen würde. Also zumindest würde ich das mal vermuten. Das hat sich ja sehr gewandelt, das Bild. Also wenn ihr solche Beispiele habt, aus eurer Kindheit, Jung oder aktuell, je nachdem welches Alter, ihr jetzt seid, wenn ihr das Video seht, schreibt es wirklich gerne in die Kommentare. Ich bin da echt auf Geschichten gespannt. Ich habe auch schon die abstrusesten gehört unter meinen Kritiken. Und gleichzeitig aber auch welche, wo ich sage, oh, das ist schon richtig, dass man diesen Film mit dem Alter nicht sehen sollte. Ich würde sagen, ein bisschen Struktur reinzubringen. Reden wir einmal kurz über die Geschichte der FSK. Was ist das überhaupt? Warum gibt es? Wie funktioniert das? Wie sich das auch aufs Fernsehen bezieht? Das andere ist, wie sieht das eigentlich in anderen Ländern aus, dass man da gegenübergestellt. Sind wir in Deutschland irgendwie restriktiv oder sind wir eigentlich besonders offen? Ich weiß gar nicht, ob du jetzt automatisch weißt, wie ist die Haltung in anderen Ländern eigentlich so. Habe ich ein paar Beispiele. Und dann können wir über ein paar Beispielfälle reden. Und ich glaube, damit ist es vielleicht auch ganz gut, ein bisschen aufzuklären, damit die Leute auch wissen, worum es hier geht. In erster Linie, weil gerade gibt es auch in Bezug auf Happytime-Murders ein Beispiel, was durch Deutschland geht, wo Kinos sogar ihr Haus von dem Hausrecht Gebrauch machen. Und obwohl der Film FSK 12 hat, Leute unter 16 Jahren nicht reinlassen, weil sie sagen, das ist zu hart. Das können wir jetzt nicht anbieten an der Stelle. Okay, das FSK. Erst einmal die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft GmbH unterliegt der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft der Spio und ist im hessischen Wiesbaden eine Institution, die es im Grunde im Zuge des Zweiten oder nach dem Zweiten Weltkrieg gab, weil wir im Nationalsozialismus quasi von der politischen Seite aus Film gesteuert wurde und Filminhalte entweder zensiert wurden oder nicht. Und im Zuge dessen wollte man quasi eine Art Organisation gründen, die kontrolliert, aber nicht staatlich gelenkt ist, um eine Politisierung zu vermeiden. Deswegen so ein bisschen die Einenordnung hatte man im sowjetischen Sekte dann nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, in den anderen Regionen in Deutschland schon. Und das Ding heißt freiwillige Selbstkontrolle, weil die Mitarbeiter dort freiwillig arbeiten und nicht, weil sich jeder da freiwillig daran halten kann oder nicht. Weil was die FSK bestimmt, ist schon rechtlich bindend. Circa 250 Mitarbeiter arbeiten dort aus verschiedensten Bereichen, müssen aber Erfahrung im Umgang mit Kindern oder Jugendlichen haben oder Wissen über Psychologie oder die Filmwissenschaft haben, beziehungsweise Medienwissenschaft. Das muss also eine Grundkompetenz geben. Und dort werden Filme vorgelegt. Seit 1949 war der erste Intimitäten, der für eine öffentliche Vorführung zugelassen wurde, obwohl es eine Kussszene gab. Das war damals ein Riesenthema. Also seit 1949 gibt es die FSK und das ist erstmal grundsätzlich, glaube ich, das Wichtigste. Man kann zum Beispiel immer auf die Seite fsk.de gehen und auch gucken, wie wird jeder Trailer eingestuft, nach welchem Alter, wie wird jeder Film eingestuft. Und seit 2010 gibt es auch kurze Begründungen, warum ein Film so eingestuft wird generell gilt. Wir haben in Deutschland ein FSK 0, das ist freigegeben für alle Altersgruppen, ein FSK 6, klar, ab 6 Jahren, ein 12, ab 12 Jahren, ein 16, ab 16 Jahren, ein 18, ab 18 Jahren. Eine Ausnahme ist, dass beim FSK 12 auch Kinder, die jünger als 12 sind, aber nicht jünger als 6 den Film sehen dürfen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Diese Regelung gibt es aber erst, entschuldige, das ist jetzt so ein bisschen die Fakten, aber ich fand das spannend, die Regelung gibt es erst seit 2003, weil damals der erste Harry Potter-Teil ein FSK 12 bekommen hat und deswegen Warner Brothers den Film gekürzt gezeigt hat, um ihn FSK 6 zugänglich zu machen. Und da gab es so eine Diskrepanz, wo diese FSK 12-Regel eingeführt wurde. Hat das nicht mehr mit der Uhrzeit zu tun, weil wir, ich habe mal beim Kino gearbeitet lange und da war es zum Beispiel so, dass auch Filme, die ab 6 freigegeben wurden oder ab 12, dass die ab einer gewissen Uhrzeit, nämlich glaube ich ab 22 Uhr, nicht mehr für diese Altersgruppe zugelassen waren. Das heißt, du kannst, wenn du zwölf bist... Ja, du darfst ja dann keine Kinder mehr quasi, du fände ich mit raus. Genau, ja, aber du darfst, ich glaube auch als Zwölfjähriger durftest du nicht, durften wir keine Zwölfjährigen um 22 Uhr reinlassen, weil sie dann zu spät alleine noch unterwegs gewesen wären. Nur in Begleitung eines Erwachsenen. Das heißt, das hat dann mit der Hausordnung zu tun, weniger mit der FSK, aber auch das ist dann nochmal so ein Fall. Ja, aber diese Aufweichung des FSK 12 ist tatsächlich ein Wendepunkt mit dem ersten Harry Potter Teil. Okay, aber ich dachte, das hätte mit der Zeit zu tun, weil die Leute dann zu spät, weil der zu lang gewesen ist. Nee, das ist dann, außer der Tatsache, wann der filmfrei ist, nochmal eine generelle Gesetzgebung des Jugendschutzes. Also Jugendschutz spielt natürlich auch immer in die Thematik rein, aber natürlich darfst du, auch wenn du jetzt sagst, du spielst, findet Dori um 22 Uhr, klar können Leute da rein, aber die müssen dann so alt sein, dass sie auch draußen sein dürfen. Das heißt, dann greift er einen automatischen FSK 16, aber nicht wegen des Inhalts des Filmes, sondern wegen des Jugendschutzes im Land. So, das sind dann zwei verschiedene Sachen, die dann einfach greifen, die du gewährleisten musst als Kinobetreiber. So, das ist so ein bisschen die Grundlagen, was wir in Deutschland haben. Dementsprechend hast du natürlich auch im TV Sachen, die sich zum Beispiel danach richten müssen. Das heißt, private Sender dürfen tagsüber nur FSK 0, FSK 6, 8 zeigen, dürfen nach 20 Uhr dann FSK 12 zeigen, nach 22 Uhr FSK 16, nach 23 Uhr FSK 18. Sondersachen müssen zum Beispiel sind genehmigungspflichtig. Beim Pay-TV, wo du dich einloggen kannst mit deinem Alter, gibt es die Regeln nicht. Und die Öffentlich-Rechtlichen dürfen selbst bestimmen. Tatsächlich wusste ich auch nicht an der Stelle. Ich habe ja, ich habe ganz viel dieses Thema, früher war das für mich ein großes Thema, weil ich... Unter 18 war? Das sowieso, aber auch, weil das Thema Zensur ja immer ein ganz gewichtiges gewesen ist, weil wir in Deutschland ja eines der, wir sind eines der strengsten Länder, was das angeht, würde ich mal vermuten. Jetzt mal abgesehen von Ländern, wo Zensur sowieso, wie China zum Beispiel, wo du große Probleme hast, wo ja auch Inhalte zensiert werden, wenn es um homoerotisches geht oder wo Politik oder regierungsfeindliche Inhalte mit Inhalt oder auch kulturfeindliche Inhalte. Also ein sehr berühmtes Beispiel ist zum Beispiel der dritte Fluch der Karibik, wo sie die Rolle von Shaoyun Fad quasi umgeschnitten haben für den chinesischen Markt, weil der in der Originalfassung zu böse ist. Und die Chinesen haben den nicht zugelassen. Es gibt ja sowieso sehr wenige Filme, die für den chinesischen Markt jedes Jahr zugelassen werden von außerhalb, damit sie den eigenen Filmmarkt nicht verwässern, aber damit sie auch sehr genau kontrollieren können, was darf denn bei uns jetzt in den Kinos laufen. Und da müssen die Filme sehr genaue Auflagen befolgen. Und das unter anderem zum Beispiel, mittlerweile hast du so Filme wie Skyscraper, die dann solche Rollen auch extra so besetzen. Aber was sie auf keinen Fall machen dürfen, ist die chinesischen Darsteller, die dabei sind, die chinesischen Figuren oder die asiatischen Figuren in den Dreck ziehen. Die dürfen nicht der Bösewicht sein. Siehst du auch in The Mac dieses Jahr natürlich ganz groß, auch in chinesischer Flagge, aber auch in Star Wars 8? Du, das ist einfach dieser finanzielle Part, der jetzt dazugekommen ist, weil China einfach eine wahnsinnige Macht geworden ist, was das angeht. Aber früher war es halt so, dass solche Filme tatsächlich stark zensiert wurden. Und ich habe früher für ein DVD-Magazin geschrieben und da gab es ganz, ganz viele Verfechter, die gesagt haben, also dieser Film kommt mir ungeschnitten nicht in mein DVD-Regal. Und das ist immer ein ganz großes Thema gewesen. Und auch ich als heute Erwachsener muss halt sagen, ich habe auch ein großes Problem mit geschnittenen Fassungen, weil du an viele auch nicht rankommst. Du hast ja hier dann auch noch, wenn Filme können ja indiziert oder sogar beschlagnahmt werden. Dafür gibt es dann noch als Info das JK. Das ist dann quasi eine juristische Kommission. Die kann unabhängig von dem FSK auch, soweit ich das verstanden habe, kann man nochmal drüber schauen, sodass eine juristische... Die schaut aber nur auf die strafrechtliche Bedenklichkeit. Genau, da gibt es ein juristisches Gutachten quasi, aber damit können sich Studios davor schützen, dass selbst wenn Filme beschlagnahmt werden, sie nicht strafrechtlich belangt werden. Nur, dass es nochmal erwähnt ist. Es gibt dieses manchmal Slash JK auf bestimmten Produkten. Also ich meine, ich finde es generell interessant, wie sich das Bild gewandelt hat in den letzten Jahren. Wobei, ganz ehrlich, die Schöne und das Biest ist jetzt wie alt, weil letztes Jahr kam der Film raus und was gab es für eine Riesendiskussion wegen dieser leichten homosexuellen Einschlag, dass da in Russland ja eine Riesendiskussion war, ob der Film ins Kino kommt oder nicht. Ja gut, aber die können das ja gar nicht sein. In den USA haben Kinos auch Schöne und das Biest verweigert und gesagt, kommt bei uns nicht ins Haus, spielen wir nicht. Also das ist schon krass, dass das immer noch so Ich kann mir schon vorstellen, dass es für die FSK auch wahnsinnig schwierig ist, solche Filme, die so eine sehr düstere Natur haben, auch einzustufen oder sowas wie Happytime Murders. Ich meine, so ein Fall, wo ich bis heute denke, ich verstehe es nicht, wie sich das gewandelt hat. Als ich damals bei Shaun of the Dead gesehen im Kino saß und im letzten Drittel kommen sie ja in dieser Bar an und einer der Personen, mit der sie da sind, wird dann rausgezogen aus dem Fenster und dann von den Zombies zerrissen. Also wirklich zerrissen. Und als ich da saß, alle dachten so, krass. Ich dachte da, Alter, was ist denn mit der Prüfstelle los? Weil der Film ist ab 16 gewesen. Und ich erinnere mich noch bis heute, als ich in Day of the Dead von George A. Romero eine wirklich ähnliche Szene gesehen habe, wo auch ein Charakter in seine Einzelteile zerrissen wird. Der Film ist bis heute, glaube ich, beschlagnahmt. Also Day of the Dead kriegst du einfach nicht in der Version. Und für dieselbe Szene kriegt Shaun of the Dead viele Jahre später eine FSK 16-Freigabe. Klar, zwar in dem, der gesamte Kontext ist der einer Komödie und nicht dieser sehr nihilistische Anstrich. Aber das ist das Hauptargument. Ja, ich habe es trotzdem... Also ich meine, klar, wie sich Gewalt verändert, siehst du auch bei Videospielen vor allen Dingen. Da hat sich das erste Mortal Kombat, hat selbst in den USA damals eine Gewaltdebatte angestoßen und dafür gesorgt, dass da die MPAA gegründet wurde. Also die dortige Prüfstelle für Videospiele. Hier waren die ersten Spiele, kannst du bis heute nicht, glaube ich, ungeschnitten bekommen. Und die aktuellsten Teile oder zumindest der letzte Mortal Kombat 10 ist das erste Mal ungeschnitten in Deutschland entschieden worden. Wir wechseln mal bei dem Punkt mal kurz rüber und schauen mal, wie es in anderen Ländern ist, weil Deutschland ist verhältnismäßig restriktiv. Wir haben trotzdem in Deutschland auch hier, dass es immer lascher wird bzw. dass man immer weiter runter geht. Grundsätzlich ist die Argumentation auch immer die Richtung, dass es bei Jugendlichen heutzutage eine größere Medienkompetenz gäbe. Das heißt, du hast heute früher Smartphones und so weiter an der Hand. Du wirst früher mit Inhalten konfrontiert, wo man früher abstrahieren kann, das ist echt, das ist nicht echt. Man kann besser einordnen, dass das nichts bewirkt und man kann besser Inhalte zuordnen. Das ist immer so ein bisschen die Argumentation. Nur um das mal hinzulegen, warum das FSK da so ein bisschen nachlässiger, was heißt nicht nachlässiger, ist das falsche Wort, aber etwas zahmer wird bzw. Inhalte, die vermeintlich brutaler sind, früher zulassen. In anderen Ländern merkst du, ist es zum Beispiel entweder sehr viel gestaffelter oder noch viel offener, dass generell jeder die Filme sehen kann. Zum Beispiel unsere Nachbarländer Österreich und Schweiz. In Österreich gibt es BMUKK, das ist FSK Pendant. Und da gibt es 0, 6, 8, 10, 12, 14 und 16. Das Gleiche hast du da. Ich glaube, Filme können, ich weiß gar nicht, ob Filme indiziert werden können, weil was ein übliches Prozedere ist für Leute, die eine DVD oder einen Film hierzulande nicht ungeschnitten bekommen, die greifen nach Österreich. Da werden nämlich Spiele und Filme. Hat man ganz viel. Du siehst ja auch, dass da kein 18 gibt. In der Schweiz hast du dann zu den gleichen Abstufungen, 0, 6, 18, 12, 14, 16, auch noch 18. Spannend ist Frankreich. 70% aller Filme sind unter Altersbeschränkungen in Frankreich. Beispiele, und da sind einige wie Ice White Chat dabei, die bei uns ab 16 sind. Oder auch ab zwölf Jahren ist Rambo freigegeben, Rambo 2, der bei uns ab 18 ist. Und dann hast du noch die 16er und 18er Freigabe. Und indiziert, glaube ich, immer noch. Aber 70% der Filme sind einfach für alle zugänglich in Frankreich. Dann ist USA, glaube ich, ein spannender Markt. Da gibt es die Ratings G. Die sind dann für alle. PG ist Parental Guidance, also die Empfehlung, dass ein Elternteil mitkommt. PG-13 ist nur eine Verschärfung von Parental Guidance. Das heißt, du kannst trotzdem alleine hingehen. Es ist nur die vehemente Empfehlung, doch in der Begleitung eines Erwachsenen zu gehen. Dann gibt es R-Rated, da muss ein Erwachsener mitkommen. Und dann gibt es NC-17, No One, 17 and Under. Also du musst 18 sein, um den Film anzuschauen. Aber das heißt, du kannst dort erstmal bis R-Rated komplett kann jeder gucken. Da gibt es zwar einen Hinweis, wäre schon schön, wenn deine Eltern mitkommen, aber ansonsten geht einfach hin. Und ich glaube, NC-17 bedeutet da auch ein relativ umfangreiches Werbeverbot. Das ist ja hier wie bei den Indizierungen. Kannst du dann in den großen Medien und so, kannst du diese Sachen nicht umwerben. Dass jemand das auch vermeiden möchte. Aber trotzdem heißt es ja R-Rated. Sofern, ich kann mit anscheinend meiner siebenjährigen Nichte, Tochter, was auch immer, mir dann ein R-Rated Movie angucken. Also Deadpool meinetwegen. Das ist schon krass. In Deutschland undenkbar an der Stelle. Die Engländer sind ja auch wahnsinnig freigebig. UK, da gibt es einmal Universal, also dass jeder kann. Dann gibt es UC für Vorschulkinder. Dann gibt es auch Parity Guidance. Dann gibt es 12A. Da kann auch noch jeder rein. Dann unter 12 mit Erwachsenen. Das ist 12A. Und dann gibt es auch 15, 18 und R18. Das ist dann pornografische Abmarkung. Da habe ich aber keine prozentualen Anteile gefunden, wie es eigentlich verteilt. Und in Italien gibt es, und das ist nämlich noch spannend, also in Japan und Italien gibt es auch nochmal diese Unterstufen 14 beziehungsweise 15 zwischen den Altersgruppen 12 und 18. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist erstmal in Deutschland, ist es nicht denkbar oder wichtig, ein FSK 8 oder 10 zu haben oder ein FSK 14? Also findest du nicht oder findet ihr nicht, dass in der Entwicklung eines Menschen gerade zwischen 12 und 16 so viel passiert, aber sich auch ganz viele Filme, nicht nur im Bereich Coming of Age, aber genau mit so einem Themenbereich beschäftigen, wo ein FSK 14... Ich glaube, wir sind an dem Punkt auch angekommen, also wenn ich mich an meine Jugend erinnere und wie naiv und unterentwickelt ich mit 12 war und das jetzt auch mal 37 noch bin, aber damals auf mich zurückblicke und schaue, wo die heutige Jugend steht, an welchem Punkt, durch das Internet zum Teil und auch die, wie sich die Erziehung auch entwickelt hat, wer auch alles miterzieht und so, habe ich das Gefühl, dass 12-Jährige heutzutage sehr viel erwachsener sind, gefühlt zumindest, das gerne auch gerne sein wollen, aber dass du mittlerweile nicht mehr einfach sagen kannst, also diese alten Marken, die würden noch gelten und ich finde auch bei den Filmen, so ist das ja auch bei manchen Sachen, siehst ja auch daran, dass sie sich so stark verändert hat, was ich gerade sagte, Rambo 2 ist, glaube ich, sogar noch indiziert heutzutage. Also diese ganzen Macho-Baller-Filme sind damals dafür indiziert worden, dass sie Gewalt zelebrieren. Dieses Gewalt zelebrieren macht aber auch einen Equalizer 1 oder 2 zum Teil. Diese Figuren, die heute dafür gefeiert werden, dass sie halt diese Actionhelden von damals, auch einen John Wick quasi wieder zurückholen, das sind alles Sachen wie Commando oder eben die Rambo-Filme, die du damals einfach alle nicht bekommen hast. Jeder zweite Film von Chuck Norris oder sowas wie American Fighter, diese ganzen Sachen, das ist alles weginiziert worden und das hat sich stark gewandelt. Aber das zeigt doch einfach, dass sie damals Jugendgefährdender waren, weil du nicht Zugang über Computerspiele und Co. einfach so massiv hattest, wie es heutzutage der ganz normale Fall ist. Das ist nicht so, das hat sich komplett verändert. Du guckst diese ganzen Battle Royale-Games an, wo sich alle, wo sich 100 Leute über den Haufen schießen müssen, bis einer überlebt, ist das... Da wir einfach desensibilisierter sind in der Gesellschaft, ist es halt einfach Quatsch, auch immer noch diese alten Sachen aufrechtzuerhalten. Aber auf der anderen Seite... Genauso ist es auch so, dass du nicht mehr einem Zwölfjährigen vorschreiben solltest, du bist jetzt zwölf und dieser Film, welches Maßband legst du zum Beispiel an den Happy Time Murders an und sagst so, mit 14 geht das noch, mit 15 aber nicht mehr. Happy Time Murders ist einfach auch voll mit Puppendarstellungen, die letztendlich Pornografie widerspiegeln. Da wird im Hinterkammer eine Kuh gemolken und überall spritzt die Milch. War das bei Sausage-Party nicht auch so, dass du den... Der hatte doch ein 18, oder? Ich glaube, der hatte 16, wenn ich ehrlich bin. Aber ich frage mich ganz kurz mal, das eine ist ja Gewaltdarstellung, was du explizit siehst und da ist ja immer auch ein Problem, was sich USA und Deutschland unterscheiden, pornografische oder sexuelle Inhalte und Gewalt sind ja immer diese beiden großen Themenbereiche. Was ich mich immer gefragt habe, was ist mit dem, was psychologisch dort passiert? Also das ist zum Beispiel ein Blair Witch Project, da haben wir drüber geredet, nochmal neu, also es gibt ja auch die Möglichkeit der Neueinreichung und der Neuüberprüfung von Filmen und da bekommen sie so gut wie jedes Mal dann eine niedrigere Einstufung. Dass ein Blair Witch Project kein FSK 16 mehr hat, sondern 12, finde ich persönlich krass. Also wenn ich eines Tages Papa bin und mein Kind mit 12 Blair Witch Project guckt, ey, ich habe mir so in die Hose gemacht, als ich den Film geguckt habe, finde ich ein bisschen zu krass. Oder meinst du, die Leute sind so desensibilisiert, dass sie keine Angst bekommen oder irgendwie so Pahne schieben, wenn sowas wie ein Blair Witch Project? Wenn du dir überlegst, so dass du jetzt im Internet, kannst du dir auf YouTube diese ganzen Creepypasta-Sachen angucken, falls du das noch nicht kennst, Slenderman ist zum Beispiel eine solche, so eine Urban Myth, die dann in zigtausenden... Und imitiert wurde. Klar, dieser Creepypasta-Pansch war ja mit uns zusammen. Genau, das finde ich gerade so. Aber Slenderman wurde imitiert. Es gibt ja diesen Fall dieser beiden Mädchen, die versucht haben, ihre beste Freundin umzubringen. Das ist richtig, aber ich meine, du hast auch die Leute, die sich von den Liedtexten von Marilyn Manson angestachelt fühlen, irgendjemandem die Kehle aufzuschneiden. Absolut, ich sage ja nur, das ist aber immer ein Themenbereich, den musst du ja mit einbringen, wenn du letztendlich auf diese Selbstkontrolle kommst. Durchaus, ja, aber das ist dasselbe wie die Diskussion über gewalttätige Videospiele aufzumachen oder über den Gewaltgrad von Quentin Tarantino-Filmen zu sprechen. Nichtsdestotrotz, ich sehe das ja genauso. Also Jugendschutz ist auch eine wichtige Sache. Ich bin stark gegen Zensur. Also ich bin dagegen, dass dann Filme stark beschnitten in die Kinos kommen und ich dann halt dann nur noch erahnen kann. Hast du sie denn lieber dann als gar nicht im Kino? Würde ich fast sagen, ja. Also oder anders, dass es dann halt, dass es da dann eben vielleicht auch mal eine andere Abstufung gibt. Aber ich kann mir, dass ich mir zum Beispiel das Evil Dead Remake immer noch nicht in der Version angucken kann, die ich gerne sehen wollen würde, weil das Ding weginiziert wurde, ist für mich grausig. Also das finde ich ganz, ganz großartig. Hast du Serbian Film jemals gesehen? Ja. In der richtigen, in der ganzen langen Version? Ja, ja, habe ich gesehen. Also klar, solche Filme gehören nicht in die Öffentlichkeit und gehören nicht an die Kids, die dies haben wollen, kommen da heutzutage sowieso dran. Aber ich glaube halt einfach, dass sowas wie Blair Witch Project, der erste Teil zum Beispiel, der ja wirklich nur, nur gruselig in Anführungszeichen ist und zwar auf eine sehr klassische Art und Weise. Wenn du dir das Remake anguckst oder diesen, war es ein Remake oder ein zweiter Teil? Ich weiß es jetzt gar nicht. Der vor zwei Jahren in die Kinos kam. Hattest du den gesehen? Das war bei Blair Witch. Bei Blair Witch. Stimmt, der hältst du ja nur Blair Witch. Genau, nur Blair Witch. Nee, das ging weiter. Und der war ja zum Beispiel sehr viel moderner gemacht und dadurch sehr viel effektiver. Da ist es dann schon okay, wenn man sagt, da macht man eine 16 dahinter. Beim ersten würde ich wahrscheinlich sogar auch sagen. So heutzutage findest du da auf YouTube gruseligere Videos. Also wenn du sagst, Blair Witch Project geht ab 12, stelle ich mir wirklich die Frage, dass halt FSK 8 oder 14 als Glück, ich meine, wenn wir in Schweiz und Österreich das machen, das ist schon so ein bisschen sinnvoll, weil du hast manchmal Filme, die sind vielleicht anders gedacht und werden durch das FSK 16 so ein Stück weit weggestrahlt. Und in anderen Filmen, wie bei Happy Time Murders, hast du eben das Kino sagen, nee, wir brauchen hier unser Hausrecht, was wir geltend machen müssen. Also ich sehe das ganz oft unter meinen Reviews, dass Leute sagen, oh, der ist ab 16 oder fragen mich auf Instagram, ab wann wird der Film sein, gerade wenn das FSK noch nicht raus ist. Was denkst du, ab wie viel Jahren der Film ist? Oh, nee, kann ich nicht rein oder da stand ich alleine vorm Kino, weil die Kinos kriege ich schon viel mehr, die achten auch drauf, sie müssen auch drauf achten und werden, weil ich auch Kinomitarbeiter kenne, ganz oft in Situationen gedrängt, wo dann Gäste extra zum Kino gefahren sind und super sauer sind, dass sie den Film jetzt nicht sehen dürfen. Und da kann weder der Kinomitarbeiter was dafür, noch die Menschen, die sich aber leider Gottes zu wenig informiert haben. Ja, wollte ich gerade sagen, dann haben die schon... Ja, beziehungsweise, aber es führt zu einem Negativerlebnis und da kommen wir zur ersten Folge dem Kino gegenüber. Und das ist so ein bisschen schade und da frage ich mich so, warum ist so ein FSK 14 oder 8 nicht möglich, weil... Aber das wäre dasselbe zu sagen, du gehst, äh, gut, solche Läden gibt es nicht, aber nehmen wir an, es gäbe ein Läden, in dem du Drogen kaufen könntest und dann kommst du hin und merkst so, ach nee, ist ja verboten in Deutschland, kann ich gar nicht kaufen und dann sagst du, das ist jetzt aber ein Negativerlebnis. Also, das ist halt insofern schade... Ja, aber du gibst mit dem FSK 14 aber mehr Leuten die Möglichkeit, wie zum Beispiel bei mir ganz viele, die sagen, oh, ich hätte Deadpool gerne gesehen. Und Deadpool ist so ein Kandidat, den kannst du, würde ich sagen, kannst du sogar vielleicht sogar auf FSK 14 setzen, weil mit 14 war ich weit genug, auch diese paar Schüsse und so zu ertragen. FSK 16, das ist eine ganz schöne... Einen zweiten, der ist sehr splatterig. Nein, den ersten, den ersten. Und da denke ich, das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich sagen würde, hey, da kannst du die 14-Jährigen reinlassen, weil bei Deadpool 2 sind sie dann 16. Du hast ja nicht vergessen, gerade bei den ganzen Franchises gibt es eine Entwicklung und da bist du von Anfang an mit dabei und da würde ein FSK 14, ist für mich wahrscheinlich das wichtigste Label an der Stelle, weil 12 und so lässt sich ja überbrücken mit, man nimmt Eltern mit und da geht man vielleicht eh mit Eltern, um letztendlich auch der Film, für die Filmwirtschaft, ist das nicht irrelevant? Du ziehst mehr oder weniger Leute ins Kino, eben auch durch dieses FSK, weil ein FSK 16 Film hat vielleicht nur zwei Vorstellungen am Tag statt drei oder vier und das zieht natürlich einen ganzen Rattenschwanz, nicht nur in Marketing und Co. mit sich, aber auch, wann ich wem welche Filme zugänglich mache. Es gab auch eine Zeit beim FSK, wo Filme mit homosexuellen Inhalten FSK 16 oder 18 bekommen haben, eben um die Jugend zu schützen und da gab es einen riesen Aufschrei, dass man ihnen quasi Heterosexualität vorschreiben will. Ich glaube, Japan hat ja sogar nur drei, die haben Kategorien, glaube ich und ich glaube... Ich habe Japan hier stehen, G, PG-12, 15 und 18. Ja, die haben die nicht noch... Dann sind die aber auf der 18 in drei Kategorien geteilt, weil es gibt ja die sogenannten Category-Free-Filme und ich dachte immer, dass die Cat-Free-Filme sind halt den absolut kranken Sachen da drüben gewidmet. Da dachte ich immer, das wäre... Aber verstehst du jetzt... Die wären nur auf drei Sachen und drei Stufen, wo man sagt, so okay, in die dritte Stufe kommt das. Das geht halt einfach nicht. Das ist halt ein derber Splatter oder so. Das kann man halt den Kids nicht zutrauen. Alles darunter wird dann halt so in zwei Kategorien. Das finde ich dann schon... Macht vielleicht eher Sinn. Okay, aber... Also FSK 14 ist für dich nichts, was du siehst? Nee, das geht nicht um Sehen. Ich glaube, es geht eher darum, was ich vorhin schon gesagt habe, dass du das einfach auch gar nicht mehr so klar sagen kannst. Also welche... Aber es ist ja rechtlich binden für Leute. Wenn ich jetzt 14 bin und will super gerne einen Film gucken und ich darf es nicht. Und wir hatten letzte Folge illegales Streaming zum Beispiel als Thema. Hast du ja gesagt, einer der Gründe ist ja immer die Nicht-Zugänglichkeit oder sowas in die Richtung. Also was ist so schwer daran? Würde mich auch bei euch interessieren, was ihr dazu sagt, einen FSK 14 einzuführen. Weil ich kann mir, wenn ich in dieser Prüfstelle sitze, kann ich mir vorstellen, dass ich richtig viele Filme auf dem Tisch habe, wo es mir vielleicht leichter fällt zu sagen, oh, der ist definitiv 12. Nee, hier sind so und so viele Blutspritzer. Das ist jetzt ein FSK 16. Ein ganz gutes Beispiel ist Ted, glaube ich, zum Beispiel, der ab 16 freigegeben war. Aber ich habe ihn nie gesehen. Ich kann aber nur von den Trailern ausgehen, dass der keine 16er hätte haben müssen. Du hast ihn, glaube ich, gesehen. Ist das ein 16er-Film? Der hat halt ein bisschen, er hat so strong language. Aber definitiv... Das hat heute alles. Auf dem Schulhof haben die Kids strongere language. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, war das Rick und Morty als Serie zum Beispiel. Also ich finde, wenn dir sowas dann klar geht, dann kannst du es dann auch machen. Vor allem, wenn aber ein Film eben auch so gedacht ist, um ein breites Publikum abzuholen. Also angenommen, du machst einen Film und rechnest damit, es ist ja dann de facto so, der kriegt ein FSK 12, legst du ja eine Kampagne, aber Filmeinhalte alles darauf an, dass im Grunde alle ab 6 dort reingehen können, in elterliche Begleitung. Also ist das ein Film, der auf den Mainstream abzieht. Sobald der FSK 16 hat, hast du einen ganz anderen Film in seiner Außenwirkung, aber auch in dem, was du letztendlich an Publikum ins Kino locken kannst. Und diese Prüfung findet so spät statt, da ist der Film schon gedreht, da steht schon das Marketing. Und auf einmal kommt so spät so eine Entscheidung, wo du sagst, okay, jetzt haben wir hier ein Problem. Ich kann mir bei TED am ehesten vorstellen, dass da einfach die Deutschen gesagt haben, so, oh, der hat in Amerika ein R-Rating bekommen. Und daran orientiert man sich jetzt, weil da ja für Strong Language, da gibt es ja, glaube ich, eine gewisse Anzahl für Facts, die du im Film sagen darfst. Und alles darüber ist ein R. Und dass dann die Deutschen... Einen Stiftwort darfst du, glaube ich, bei 12 machen. Einen? Ja. Deswegen hast du ja immer What the und dann ist immer abgestimmt. What the und dann kommt irgendein Crash. What the... Ja, das wird in der Drehbuchphase, glaube ich, schon alles rausgenommen. Also wenn da der Budgetmann mit seinem Stift drüber geht und sieht, da sind zu viele Facts drin. Aber nehmen wir ein Beispiel, die letzten Glühwürmchen. Hast du den jemals gesehen? Ja. Von Ghibli. Todtrauriger Film. Zwei Kinder, die verhungern nach dem Ende Zweiter Weltkrieg. FSK 6. Ja, okay. Stimmt. Und da kommt für mich der psychische Faktor, wo du sagst, das ist zu hart. Das ist ein Film, der macht dich fertig. Und das zeigt, da wird geguckt, okay, was wird an Sexualität und an Gewalt gezeigt, findet nicht statt. Aber der psychische Faktor, der ist echt krass. Ist nicht auch Schindlers Liste ein Zwölfer-Film? Auch das ist ein Film, wo man sich überlegt, theoretisch in Deutschland. Schindlers Liste wird im Januar. Schindlers Liste wird im Januar. Moment, da gab es damals immer eine Debatte. Da gab es doch bei Jurassic Park eine Riesendebatte mit dem FSK 12. Und da wären 14 noch ein Thema. Aber damals gab es... Bei Schindlers Liste haben Sie halt gesagt, das ist an Schulen für Schüler... Diese Regelung gab es damals aber noch nicht mit dem 12, würde ich sagen, als Schindlers Liste und Jurassic Park rauskam. Nur Hinterkopf. Da hat man aber so argumentiert, dass das halt einfach auch ein Zeitzeugnis ist oder quasi so auch so wirkt. Absolut. Aber der Moment, wo das rote Kleid da liegt oder dieser... Ich habe dir das bei unserem Top-5-Video auf Tinseltown hier erzählt, der Frau da in den Kopf geschossen wird. Also ich weiß nicht, ob ich das als 12-Jähriger... Ich war damals gerade 12 oder 13. Ich bin... 94 kam er, glaube ich, in die Kinos. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und dann bin ich wieder bei FSK 14 vom Thema her. Finde ich dann eine sinnvolle Sache. Wie gesagt, also mit 12 habe ich den sehr gut weggesteckt. Aber hast du den verstanden mit 12? Ich glaube, ich habe mich damals noch sehr gelangweilt. Also es gab... Ich meine, ich kann dir eine ganze Liste von Filmen aufzählen, die ich heute als große Kunstwerke verehre und damals eingeschlafen bin. Der erste Blade Runner, der erste... Okay, aber letztes... Nehmen wir jetzt mal... Ja, okay, FSK 12, da haben wir hingestellt, ein Zeitzeuger, aber letzte Glühwürmchen, FSK 6. Gut, das ist ein Argument. Das stimmt. Der schlägt wirklich in die Magengrube. Ich bin mir ehrlich jetzt gesagt nicht... Mein Lieblingsbeispiel ist immer Watership Down, unten am Fluss. Aber das ist eine Serie, oder? Es gab... Ne, es gab einen Film. Ja, also dieses sich ersticken, tötene Hasen am... Nein, die zerfleischen sich am Ende und die Gedärme treten aus den Hasen heraus. Ich habe das als Kind, ich glaube, ich habe nie wieder geguckt. Die laufen im Nachmittagsprogramm bei RTL 2 zum Teil. Ich weiß nicht, ob es heute noch der Fall ist, aber ich habe... Littlefoot, ohne Scheiß, Littlefoot, also ein Land vor unserer Zeit, als der Mutter, der beim Kampf mit dem T-Rex das Fleisch hinten raus... Du siehst ja richtig, wie der T-Rex reingebissen hat und sie da liegt und stirbt. Das ist auch FSK 6. Was? In einem Land vor unserer Zeit. Achso. Littlefoot, als er seine Mama verliert. Nein? Okay. Boah, ist zu lange her. Hat mich richtig fertig gemacht als Kind. Da war ich noch... Also da ist ja vieles was, aber einfach der psychologische Faktor. Es gibt ganz viele... Mein letztendlich Schwager, ein Spes, sechs Jahre alt, dem zeigst du Sachen wie, wenn du den in den Anfang zeigst von Findet Nemo und die Mama stirbt oder König der Löwen. Das ist einfach völlig krass. Also ich finde es so ein bisschen schwierig, dass das psychologische da so ein bisschen nicht mit beachtet wird. Ja. Also ich habe es vorhin schon gesagt. Also ich glaube, es gibt so ein paar Sachen und ein paar Entscheidungen. Da ist es halt richtig, dass man die halt revidiert, wie zum Beispiel eben das Macho-Kino, wo man einem Stallone oder einem Jean-Claude Van Damme abgesprochen hat, dass diese Gewalt schlechter ist. Absolut. Oder zugesprochen hat, dass sie schlechter ist als die Gewalt, die wir heute im Kino bekommen, weil die zum Teil auch nochmal deutlich krasser und unmenschlicher ist. Aber es gibt so ein paar Sachen, da gebe ich der FSK häufig auch recht. Bei dem psychologischen Aspekt dann ja. Vielleicht auch da nochmal, vielleicht habt ihr Beispiele für Filme, wo ihr ein klares Beispiel dafür habt, dass vielleicht sogar zu niedrig gewertet wurde oder so. Ja, kein Ohrhasen ist ein Beispiel in Deutschland. Der hat ein FSK-Sex bekommen und selbst der Schweiger hat damals gesagt und auch die Macher, Leute, wir verwenden hier zu viel Sprache und zu viel sexuellen Kontext, um Sachen FSK-Sex zu geben. Oder ein Beispiel, warte, das hatte ich mir auch noch notiert, was ich sehr spannend fand, ist Star Wars Episode 3. Ist ab 12. Anakin Skywalker am Ende zerfleischt, brennend am Boden. Das ist für siebenjährigen, finde ich, auch krass. Der theoretisch mit älterer gucken muss. Ja, es ist ja aber alles ohne Blut und so. Also nee, als ich Star Wars, das ist ein ganz schön hartes Finish. Die Szene ist krass, aber... Das ist ein hartes Finish. Also das von einem Film... Also das sind Punkte, da würde ich auch... Da sage ich FSK 14. Also viele Punkte, wo ich sagen würde, kommt ein bisschen höher. Da führt diese Mittelstufe zwischen, okay, ein bisschen schon Pubertät erlebt, ein bisschen zwei Jahre mehr macht was. Okay, ich würde sagen an der Stelle, wir haben jetzt auch viele Beispiele genannt. Drei abgebrochene Schwangerschaften in dem Alter heutzutage. Wir haben es ein bisschen eingeordnet. Wir haben... Wir wollten das Thema einfach mal aufmachen, weil es, glaube ich, viele betrifft, die hier zugucken. Und auch viele, die sagen, ey, hier mit Kindern oder Nichte und so weiter, werden wir dem Thema konfrontiert. Wir haben das letzte Woche an den Kommentaren gesehen. Hier, das betrifft hier so einige. Nee, wir überlegen natürlich immer im Vorfeld, wir nehmen eure Ideen auf der einen Seite gerne auf, auch hier wieder gerne, was ihr gerne für ein Thema im nächsten Tinsetalk hättet. Aber auch, was sind denn auch große Themen, die erstmal auch jeden betreffen? Über die wollen wir gerne reden. Oder ich zumindest. Und David darf mitreden. Auf jeden Fall wieder danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mitzumachen. Man hat jedes Mal Spaß, mit dir zu diskutieren. Großes, wichtiges Thema. Jugendschutz, Altersfreigabe. Für dich natürlich auch im Spielebereich nur mein eigenes Thema, aber hier geht es ja um Filme. Und an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Reinschalten, liebe Leute. Wenn euch Tinsetalk natürlich interessiert, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und an dieser Stelle bedanken wir uns. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.